... Musik ... ... Musik ... Mama! Mama! Was? 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 Jesus! Ihr macht eben ganz durcheinander mit eurem dauernde ... Was? Was? Jetzt machen doch mal langsam. So, wer will jetzt was? Was? Erstmal der Vater. Haaaaaaach! Was? Gibt's denn zu essen? Brötchen und Aufschnitt. So, und was wolltest du? Das wollte ich auch wissen. Frikadelle und Kartoffelsalat. Hä? Wie? Ach, ihr macht eben ganz links mit Eierei, mit Eiererfrauerei. Ich wollt' sagen, es gibt entweder Kartoffelsalat mit Frikadelle oder Aufschnitt mit Brötchen. Dann mach Frikadelle. Warum? Ei, in de Frikadelle sind die Brötchen und der Aufschnitt schon mit drin. Sehr aufschlussreich, Herr Direktor. Ja. Dann machen wir halt heute Frikadelle und neue Aufschnitt mit Brötchen. Ja, ne, Ewe, net. Wenn wir doch heute Frikadelle machen, haben wir doch neue Aufschnitt und die Brötchen gar net. Weil doch die dann halt schon drin sind. Was? Ich sahen's nur. Stefan, oder willst du Pizza esse? Ja? Es sind noch tiefgekühlte da. Heinz? Die sind mir zu kalt. Stefan, gucke mal, ich mindeste noch drei oder vier Pizzas da. Jo. Es sind noch zwei Sorte da. Mit Aufschnitt oder mit Frikadelle. Nee. Wir haben noch Pizza Hawaii oder mit Thunfisch. Heinz? Pizza Hawaii oder Thunfisch? Yes, es ist ja. Was für Thunfisch, äh, was für Pizza willst du dann esse? Thunfisch. Thunfisch? Ja, dann ess ich auch Thunfisch. Es sind nur noch zwei Thunfisch da. Ja. Kann ich da wieder zumachen? Da drin wird's kalt. Ja, nicht, dass das ganze Zeich auftaut. Ja, dann ess ich die Hawaii. Dann muss ich aber die Frikadelle ingefriere. Wie? Ach, du hast das Zeich schon. Ah, jo. Und der Aufschnitt und die Brötchen? Ah, die müsste ich dann noch Kaffe gehen. Tja, Vater. Das ist höhere Mengelehre. Aufschnitt und Brötchen Kaffe, die schon in die Frikadelle drin sind, um da damit Frikadelle so mache. Ja, ja. Hauptsache. Hatten ihr nicht mal was davon gesagt, dass man mal Trennkost machen wollte? Nächste Woche fangen wir an. Deine Mutter ess ne Küche und ich im Wohnzimmer. Der Kracher. Bleibt's dann dabei, ihr esse die Thunfisch und ich die Hawaii Pizza. Hoffentlich. Ananas ist gut, geh ich auf Halde. Hm, wie vorzukommend. Dich erkenne ich mit verbundenen Augen nur an deiner Zärtlichkeit. Unglaublich. Jetzt sahen wir. Wo ist dann das Geschirrhandtuch? Ah, das fand ich in der Garage. Der Scheibe ist aber verschmiert. Für sowas holt man aber nicht das Geschirrhandtuch. Oh ja. Heinz, wolltest du nicht die Küche Lampe aufhängen? Ja, ja. Ich hab noch ein bisschen was am Kabelinnere. Weil das ist ja oben die Klemm, wo man das Drohzell kerzer oder länger machen kann. Verstehst du? Nee. Naja. Naja. Und dort sitzt das Schraub, wo man dann zudreht, wo es dann fest ist und die Schraub hat gefehlt. Soll das Kabel genauso lang sind wie das Drohzell? Wie? Naja. 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 Guckst du das nachher an und dann sagst du wie das willst. Heinz, ich weiß jetzt nicht was du willst. Jo, ich weiß. Wie immer. So dann geh ich mal die Küche Lampe fertig machen. Ich geh'n wieder in mein Zimmer. Ja. Hängst du noch das Hemd in den Schrank, das dort leid? auch mal ein bisschen das Radio anmachen. Summer Moon immer wieder gerne gehört. So, liebe Hörer, endlich ist es soweit. Wir kommen nun zu unserem ebenso aufregenden wie attraktiven Reisegewinnspiel. 2 nach Hawaii. Sie wissen, wir haben sie gebeten uns anzurufen und das Stichwort des Reisegewinnspiels nämlich 2 nach Hawaii zu nennen. Und aus all diesen Anrufern wird jetzt unser Telefonzufallsgenerator die Gewinnerin oder den Gewinner für diese Traumreise nach Hawaii für zwei Personen ermitteln. Ich aktiviere jetzt mal den Zufallsgenerator. und das Telefon klingelt jetzt bei Ihnen. Ach, wer ruft dann jetzt an? Gerade wo es so spannend wird. Tja, da geht wohl niemand ran. Na, wie kann man dann so dumm sind? Aber noch ist die Chance nicht vertan. Unsere Spielregeln sehen es bei einer solchen Traumreise vor, dass wir die gleiche Nummer ein zweites Mal anrufen. Wir machen jetzt ein wenig Musik und sollte sich danach unter dieser Nummer niemand melden, tja, dann ist die Reise futsch. Dann wird ein anderer Gewinner ermittelt. Also, bis gleich. Tja, da kann man nix dran machen. Jeder Schmied hat sein Glück. Hawaii. Da war ich in meinem Leben noch nicht. Und komm aber wahrscheinlich nicht hin. Ich hann Jo Ador bei der Radiosendung Dommels angeruft, aber mir hann noch nie was gewonnen. Jo, Emo, das is aber schon ne paar Jahre her. Bei de Tombula vom Tonverein. Da haben wir ein Flasch Rotwein gewonnen. Der war schon von 1979. Ich hann noch zum Heinz gesagt, shit ne Fott. So alter Wein kannst du nicht mit trinken. Na ja, so is es Lewe. Ach, die Blume wollte ich noch gieße. Das Dorr kann man ausmachen. Mama. Mama. Haaaach. Wo läuft denn der Mutter jetzt schon wieder rum? Keine Ahnung. Brauchst du? Nein. Die Höhe. Sie hätt do, wenn ich de Höhe von de Lampas gucke solle, wie tief sie hängen muss, dass sie net so hoch hängt. Ich kann noch A gucke. Bisch aber net de Mutter. Ei ne, aber ich ha noch Aue im Kopf. Ja, ja. Oder ich Halle und du guckst. Es gefällt ihr nachher dann doch net. Ist das für dich? Ne, für dich. Wer will denn das wissen? Ich weiß es natürlich net. Aber gleich wissen wir's. Stefan Becker? Wer ist es dann? Nö. Doch. Moment. Wer ist es dann? Es Radio. Was für Radio. Mama. Mama. Was für Radio. Oh. Es Radio. Rundfunksender. Übertragungsradio. Ist die Mama net da? Was weiß ich. Was weiß ich. Die werden wann er da haben. Geh du mal dran. Ja. Hä? Das ist meine Frau. Ah ja. Wir finden sie net. Was? Ne. Die fahrt net nach Hawaii. Gewonnen. Wo? Ja. Ja. Ja, ja. Die Adresse stimmt. Jo. Für zwei Personen. Wohin? Hawaii. Ich? Geh fahrt. Ich fahr hier schräg net nach Hawaii. Jo, das kann sie machen. Jo, auf Wiederhören, dein Mutter hat eine Reise gewohnt nach Hawaii, zwei Mal, also für zwei Personen, Oleg, geil, so, da sind frische Geschirrhan, Diche, was ist dann, ist was passiert, ist jemand gestorben, tot, Saß ihr, Du kannst ihr doch auch sagen, Hast eine Reise gewohnt nach Hawaii, Jo, Das ist auch wieder einer von eure typische Sprüche, Ne, Mama, das stimmt wirklich, Ja, doch hätte einer vom Radio angerufen, Du hättest doch die Reise gewonnen, Zwei nach Hawaii, Leck mich am Arsch, Hawaii muss ich mich hocken, Also jetzt bin ich plattig, Äh, ne, äh, wie? Platt oder fertig? Wirklich? Hast du doch was bestellt? Ach, woher dann? Ich hab dort bei dem Radio, dort bei der Sendung, hab ich angeruft, Wo hätt dann ich gedenkt, dass ich mir mo was gewinne? Tja, jetzt hasch es! Ihr Machiokrat, als müsst ihr es bezahlen, Ihr hätt eine Reise gewonnen, Und Taschegeld kriegen ihr wahrscheinlich auch noch. Ach du lieber Gott, Hawaii? Du Heinz, wo ist denn das eigentlich genau? Ja, du lieber Kutz! Im nördliche Pazifische Ozean. Joa, ach, ja dort kenn ich mich ja nett aus. Heinz, wo ist das noch immer? Hätt doch zu, im nördliche Saarland. Dummschwitzer. Also, ich würd fahre. Fliehe. Joa, wesch genau was ich meine. Ich fahre auf keinen Fall. Fliehe. Das isch recht net. Ma weiss, wo ma do hinkommt. Ma sagt net umsonst, es gibt kein Bier auf Hawaii. Drum bleib ich hier. Wer hat denn das gesagt? Der Paul Kuhn. Das könnten wir doch dann als verspätete Hochzeitsreise mache. Joa, hopp Heinz, das mache ma. Im Leben net. Ich hain 35 Jörkchen Hochzeitsreise gemacht. Brauch ich jetzt auch net zu machen. Gucke mo. Umsonst geschenkt. Ohne noch Taschengeld. Mir müsse uns ja da um nix kümmere, Stefan. Dort lebe doch net nur Schwarze. Net, dass ma do so uffallt. Dort lebe Japaner, Chinese, Weiße, Schwarze, Filipinos. Und... Da kommts auf Eichzwir nemi an. Siehste, Heinz. Dort däde man noch net um auffallen. Also, ich fahre auf keinen Fall. So. Und jetzt gucke ma, wie hoch ma die Lampe hänge. Geh ma die Leder hole. Das da gibt auch wieder so eine Aktion. Also, du tätsch eben mit dem Tisch über die Füß fahre. Ah ja. So. Wo darf ich sie bitte gern hin stelle? So. So, da sitch dich doch auf den Stuhl. Was gäb denn das, wenn's fertig ist? So, da ist die Mitte vom Meter. und dann kommt da oben drüber die Lamp. Du brauchst doch die Lamp nur Mitte über den Tisch zu hängen. Es ist doch noch gar kein Horge in den Deck. Wie weit ist denn das, Dorno-Hawaii? Ich schätze so gut 15.000 bis 20.000 Kilometer. Ach du lieber Gott, da kommt mir ja im Leben nicht an. Ich sowieso nicht. Wie lang würde man dann überhaupt fahren? Ach da. Und wie lang bleiben wir dann da unten? Insgesamt unser Rigg, äh, insgesamt, hin unser Rigg, ach da. Ach, ach ja, das langt ja. Da ist ja bestimmt ein Strand. Runde rum. Da könnte ich mir noch einmal die Fußnäschel rot lackieren. Häh? Ich hab gesagt, da könnte ich mir noch einmal die Fußnäschel rot lackieren. Da geht es da wie im Mulderpaul. Er hat mit dem Nachlpfeil an die Fies rumgeschafft, ist er abgerutscht, hat er sich mit dem Nachlpfeil unter die Zehnachl gestocht. Das hat noch angefangen zu eitern. Das ist ein Nachl abgefallen. Es sind Arschhundeleut beim Geschichteerzähle von der Lädergefall. Mach nitt! Mach nitt! Wie lang dauert das noch? Ach, da... Stefan, das ist doch jetzt nur da wie in der Mitte. Deswegen muss ich ja jetzt nitt bis Mitte in der Nacht da sitze bleibe. Das ist ja die Arbeitsmoral von der heilige Jugend. Ach, jetzt geht das wieder los. Ne, das ist immer so. Doher komm jo die ganze Arbeitslose. Was? Nur weil ich jetzt nitt stunde lang hochintelligente Meterhalle will. Stefan! Aber Licht wolle na han! Hellrot oder dunkelrot? Was? Ei, die Fußnäschel. Ich han gedenkt vielleicht mal... Tomatenrot? Ei, dann schlag ich da noch mit dem Hammer drauf. Und dann han's auch noch die passen Greyes. Geht das so von der Höhe? Ach, die Lamm kommt unadetisch. Schwätzen doch net so dumm! Ziehen das doch von der Oben net! Wäre sie auf der dummste Lache. Ich kannte euch gleich die Zusätze. Sie ist Karlsruhe, net Karls Lache. Ich bin nicht da ein Herr Herbert. Ah ja, Heinz, aber das Dor ist so tief. Als Tischlamm derz gehe. Ja, ja. Muss sowieso du an der Klemm noch was ändere. Das han ich genau gewisst, dass das Dorf anheb nix wert. Wäsch doch, wie er ist. Sah jetzt nix. Komm, dann stell immer den Tisch halt wieder so rick. Stell die Leder grad ins Wohnzimmer. Ich mach's neuer weg. Bella, 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 Maria. Da, da, di, da, di, da, di, da, da, da. Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt. Was? Wäsch schon, was dann ist? Wann? Wenn bei Capri die Sonne unnergeht. Dann wird's auf Hawaii grad hell. Ist das nicht alles dasselbe? Also, zwischen Capri und Hawaii, da kommt noch ein bisschen was. Italie, Türkei, China, Indie, Haufe Wasser und dann Hawaii. Ehrlich? Ist es ja doch schon ne Risiko, in so fremdes Land zu fahren? Wenn man hört, was da für Leute rumlaufe. Kannst dich nicht verständigen und nix. Doch weißt schon nicht, was da esse solcht. Pizza Hawaii. Aber doch nicht acht da lang. Was? Ach, nix. Ich han grad zum Stefan gesagt. Ich könnt die Fußnägel an Lachsfarbe nicht lackieren. Ach, brauchst deine netze Wäsche. Nein. Wenn mich die Herrschaften brauchen, ich bin in meinem Zimmer. Heinz, stell mir grad die Stühle hoch. Wäsch du, wann ich das letzte Mal die Fußnägel rot lackiert gehattern. Ich weiß das noch. An der Beerdigung von deiner Mutter. Ach was, an unserer Hochzeit. Ja, ich han gewiss, irgendeine traurige Angelegenheit. Ach, awei. Ne, aber... ...meine Mutter war doch damals noch so bese gewesen. Sie hat gesagt, das könnte ich net machen. Dort hätte ich aussehen wie... ...naja, ich wills jetzt net sagen. Fliechepilz. Obwohl, man hat's ja gar net gesehen. Ich han ja zu ne Schuh angehat. Denne Lack hätt's ja keine Spare. Ich, äh... ...han halt gedenkt... ...vor später dann. Ich, äh... ...han halt gedenkt... Ich, äh... ...jesse, sind Männer unromantisch. Tapp net ins Gekehrte. Ich han sie halt rot lackiert. Wäsch doch, wie junge Mäde sind. Ne, ich war noch kein Mäde. Der Stefan hat gesagt, da käme der Lähen zurecht. Wir können ruhig nur Hawaii fahren. Sagen, als mit deinem Hawaii. Ich fahre doch net nur Hawaii. Wann dann? Die Lampen müssen noch aufgehängt werden. An der Garage... ...wollte ich an der Seite das Blech noch reinmachen. Als mit dem Hawaii. Al fahre sofort nur mir, bleibe daheim. Ah ja, dann haben wir unsere Ruhe. Mal so acht da ausspannen, da hat uns nix schade. Jo, geh fott. Machst doch gehärt, was da unten alles rumlauft. Da kannst du von moins bis oms aufpassen, dass da nichts Zeich klauen. Ah ja, gut, das Geld müssten wir halt schon in de Brustbeutel machen, jo. Am Fernseh zeig ich es doch, als wo sie eben durch Schare weiß, Nullauf und Biddle. Außerdem machst du den Schuh kaputt. Wieso? Ich glaub net, dass die dort asphaltierte Stroh sahen. Aber frisch die Ananas. Heinz, die Stuhlkante wieder runterstelle. Jetzt bist du mitte durchs Gekehrte getappt. War da net Metzinger Schliessbett mit seinem Mann Fossier in Hawaii? Also soviel ich weiss, war die Fossier am Bodensee. Und an einem da, da auf der Insel Mainau. Jo. Ah ja, dann verwechsel ich das. Du Heinz, de Müllähmer müssten wir noch raustragen. Dann geb mir her. Fliehn er jetzt noch Hawaii? Bis jetzt mo noch net. Du Stefan, dein Vater fangt ja immer gleich so an, sie kreische. Ich hann das immer noch net so richtig verstanden. Wo leid das Hawaii jetzt noch im Mo? Moment. Jeste Stefan, seit wann hast du so Dinger bei dir? Wie? Was? Das ist ein handelsüblicher Luftballon. Ach so. Ich wollte aber auch sagen, dort wird man sich so blamieren bis auf die Knoche. Mit einem Luftballon schon. Na. So. Das ist jetzt die Erdkugel. Und wenn jetzt ein Erdkugel. Etwa. Da. Deutschland ist. Dann ist ungefähr. Also grob. Da. Das ist ja fast auf der Rückseite vom Luftballon. So zu sage. Hä? Huh? Das mit dem Hawaii. Das ist. Fortgefloh. Hawaii-Toast könnte man mo je Arme noch immer machen. Ach bitte ne. Das ist ja so ähnlich wie Pizza. Pizza ist wie Gräser. Obwohl. Auf meiner Pizza Hawaii ist ja auch Ananas. Spassig, gell? Haben dann mir der Hawaii-Toast früher net mit Spichelei gemacht. Das ist strammer Max. Außerdem wollt ihr mir doch mo je Frikadelle oder Aufschnitt esse. Wenn das jemals geklärt wäre sollt. Ach, ich tät aber Amo noch immer strammer Max esse. Abgesehen davon ess ich Ananas net gäre auf der Pizza. Du esch doch ein Thunfisch. Ah. Frische Ananas schmeckt ja noch mo ganz anders wie die in der Dose. In der Dose bleibt es aber länger frisch. Aber auf Hawaii könnten er frische Ananas esse. Kannst du auch? Ja. Aber da ohne sind sie fangfrisch. Wäre die gefangen? Ach. So, was machen wir dann jetzt? Herd doch zu. Pizza! Jesus, jo. Du loscht einem net aus, Redda. Ich wollt nur wissen, ob ma zuerst esse oder ob ma zuerst die Lamp aufhänge. Zuerst esse. Ich bin mir nämlich net sicher, dass wenn wir jetzt die Lamp aufhänge, dass wir dann anschließend noch Strom haben. Ei, dann machst du's mit deiner schlaue Sprich. So. Jo, ich auch. Wenn mir nur Hawaii fliehe, täte. Wenn mir nur Hawaii fliehe, täte. Das ist net immer, äh, aber mach was dran. Ich sag immer, da tut man sie heiraten, zieht sie groß. Schlaut sie durch. Äh, also guckt das, was aus der Wert, ne? Und wenn sie ausgewachst sind, wollen sie noch Hawaii. Auf der Einseitssatz, es kommt mit der Abend nicht noch, dort jetzt alles stehen und leihelassen. Ich hab's im Hilde schon ein paar Mal gesagt, du musst dir die Zeit besser indelen. Gerade gestern hat's noch gesagt, du müsst da in die Küche die Schränke auswäschen. Und es wird höchste Zeit. Im Wohnzimmer wollten wir noch den Teppichboden schamponieren. Tja. Wenn ich net als de Müllehmer naustrandet. Oh jesses. Schon mehr wie Emo, wo ich so in die Küche kam, wo der Herd an war, wo ich ihn ausgemacht hab, wo er gar net hätt an, wo ich ihn ausgemacht hab, weil er nichts draufgestanden hat. Es müsst dringend in de Garde. Ja, dann kann man net nur Hawaii. Das ist ja das, was ich immer wieder san. Man kann net alles auf Emo machen. Entweder geh ich auf den Sportplatz oder ans Eckstippchen. Beides geht net. Beides geht net. Und warum? Weil's net geht. Seit drei Wochen will's im Wohnzimmer oben drauf den Schrank abwischen. Die vorige Woche wollte ich was vom Schrank oben runterholen. Ich hang mich hätte Frottehandschuhe an. Tja, Silde macht sich das alles ein bisschen zu einfach. Ich mein, die Frauen haben's schon besser wie die Männer. Die werden geheiratet und kriegen die Verantwortung abgenommen. Nur, wenn sie wenigstens noch das machen hätte, was man es hat. So die Kocherei und so ist, obwohl die meisten Rezepte sind ja noch von ihrer Mutter. Und die hat schon schlecht gekocht. Heid Mäuer hat's die Bette frisch bezogen. War auf meiner Seite. Auf der ganze Länge. Das Lein doch net neengesteckt. So hat's, jo, mach's dann grad innen. Das sind so die Sache. Ich hab's gesagt, ich tun ja auch nicht, wenn ich's Auto wische, da ihr seid net abtrockene. Und so hat's, jo, mach's grad trocken. Und... Hawaii. Auf der einen Seite jetzt nur Hawaii fahren, und dort heben wir... So da und Gourmet rum. Wenn ich ihr Haus halt hann, und dann hann ich ne halt. Heinz? Der da hat 24 Stunden. Und was man net schafft, muss man halt den Neckster machen. Und nicht immer alles auf der Kreis raus schüren. Wenn ich's Hilde net laufen treu und erinnere, was nicht noch alles gemacht werden muss, dass der da wissen, was nicht noch alles zu machen... äh... muss. Es ist jetzt net, dass man sagen kann, das wär faul. Es steht halt manchmal selber auf der Fiesere. ... ... ... ... ... ... Was mache dann ihr da? Ihr verliere und ich gewinne. Weil... Ich bräuchte jetzt doch auf dem Tisch den Platz. Ich muss sowieso noch was in der Garage machen. Gewonnen! Ah, und ich kann das dort dann wegmachen. Wäschst du was auf Spanisch? Die Unordnung heißt? Nee. Los Laie. Klappt das jetzt mit eurem... Hawaii? Ach, woher dann? Denk net dran. Wenn ich dran denk, wie lang ich als am schwätzen muss, dass er mich nur zum Friseur fahrt. Kennst ne jo? Nee, dort dazu kann ich dein Vater net überrede. Du, der jetzt aber doch gerne fahre. Ah jo, der dich gerne fahre. Also... Wenn du noch Hawaii willst, dann musst du ne Überzeuge. Nerve, bis er noch gibt. Sa, auf Hawaii gäbs beste Bier. Jo, äh, äh. Naher gäbste unten nur Ananassaft. Dort tät mich dein Vater an die erstbest Palm hänge. Jetzt, Samo, hat sich dann der schon wieder ein Geschirrhandtuch geholt vor sein dreckiges End. Furchtbar, der Mann. Du musst es immer und immer wieder versuchen. Ich kann jo ahnit mehr wie Wäsche. Nee, mit eurer Hawaii-Reise. Du musst nur das ganze schmackhaft machen. Du musst sagen, grad für ihn wär das was Dolles. Da wäre junge, exotische Frau. Ein bisschen spärlich angezogen. Mit Blumekränz um der Hals. Lange Hohr. Und die Däden immer um rumdance und Däden Bierbringe. Jesses, Stefan. Also so wutziges Zeich fangen wir erst gar nicht an. Die soll ich nicht hier nur dort damit überrede. Der soll ja nicht für immer da ohne bleibe. Obwohl. Na? Du musst so lang am schwätze, bis er klappt. Du wirst noch mit nach Hawaii fahre, weil er unbedingt hin will. Da kann ich mal mit dem Mund fußlich redde. Tja, end oder weder. Zur Gelegenheit darf man sich da nicht entgehen losse. Du musst nachts, wenn er schläft, dann musst du ihm immer wieder ins Ohr sahen. Hawaii. 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 Der schläft in der letzte Zeit so schlecht. Ah ja, dann kannst du mir persönlich sahen. Was soll sie mal sahen? Das ist doch überm Kücheltisch so dunkel ist. Was meint ihr, warum wir das doch mit der Küchelamp mache? Ach gucke mu da, das ist doch ... Küchelamp. Das ist immer noch die gleiche Küchelamp. Ja, aber dass wir grad über Hawaii die Küchelamp redde und du kommst grad mit der Küchelamp die Kücherin, das ist doch spaßlich, hell, äh, gell? Hol mu die Leder. Wie heißt das, Zauberwort? Hopp. So, dann mach ich immer den Tisch frei. Ich sitze mich jetzt aber nicht wieder da hin und habe eine Stunde lang eine Meter in der Hand. Was? Hawaii. Ich? Oh. Heinz? Ich fliehe nicht nach Hawaii. Äh, 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 also doch, äh, äh, noch Hawaii schon. Ich weiß es noch nicht, es muss nicht sein. Emo. Ah, gut, es wird alles gut. Ach nee, also dort ist es gut, also dort soll es schön sein. Und dort gibt es Frauen. Ach nee, ach was, dort gibt es keine Frauen. Doch, ach ja, gibt es doch Frauen. Dünne Frauen. Mit, ähm, mit, ähm. Ach du lieber Gott. So viel. Nee, das sah ich mir jetzt nicht. Und, äh, ah, es dreht. Ach nee, also dort drehen es. Dort drehen es so stark, dass die Blume dir um den Hals hänge. Und die Frauen, tanze, ja, und tanze. Und wenn sie voll sind, fallen sie um den Hals. Was ist dann? Fahre mal noch Hawaii, gut, dann fahre ich halt mit. Kein Mensch hat gesagt, dass ich mir jemals noch Hawaii fahre. Stefan, hör schon bald auf, du erkältst dich doch. Da, jetzt gucke mal, wie ich die Höhe von der Lamp. So ist es genau richtig. Was? Also kannst du stehenbleibe. Jo, hopp jetzt machen und hugen euch mal da hin. Wo da? Nicht so hoch, Heinz. So tief. Ah ja. Was dann jetzt? Ich halte mal die Lamp und dann können wir da gucken. Das könnten wir sowieso machen. Wir alle abwechselnd die Lamp. Brauchen wir mal so nicht da an die Deck zu hängen. Jo, wie ist die, Yves? Ja, wenn wir so noch höher hängen, dann brauchen wir ja gar keine Lamp. Soll ich sie noch halte? Warte, ich halte sie mal. Uns guckt ja hoffentlich niemand zu. Das muss alles genau überlebt sind. Wenn sie mal hängt, hängt sie. Wer ist denn das jetzt? Wer ist denn das? Hast du jetzt vorhin gesehen, wie schwer es ist, dein Vater davon zu überzeugen, von der Hawaii zu fahren? Tja, da ist guter Rat teuer. Wo es noch nicht immer was kostet. Wer war's dann? Do, einer von denen do, ob man an Gott klappt. Und was war's mal von der Erleuchtung, Halle. Ich habe gesagt, das kann ich erst sagen, wenn die Lamp hängt. Ich habe gedacht, dass es vielleicht der von der Tiefkühlfirma ist. Ah, der war heut mal ja schon do. Ich habe gar nicht erst aufgemacht. Ich habe doch Zeit bestellt, da warte ich doch drauf. Das sollt ich nur machen, wenn der mit den Getränken kommt. Ganz was anderes. Aber wirklich nicht. Das ist vom Prinzip genau selbe. Man kommt ohne Esse viel länger aus, wie ohne Trinke. In der Wüste, bei 50 Grad, jo. Wir sind jetzt hier nicht in der Wüste. Nicht, dass ich wüsste. Was? Hauptsache, du hast dein Bier. Aber ich muss doch was essen. Ich bin doch noch im Wachse. Gell, ich habe ja gedacht. Und wenn ich jetzt unernährt ins Koma falle. Ach Gott, Stefan, pass bloß auf. Der wird in den nächsten Tagen noch einmal vorbeikommen. Das Zeich geht dir nicht kaputt. Ist doch tiefgefroren. August der Starke, Karl der Große, Heinz der Logische. Und wer bezahlt das Ganze? Ich doch. Ach, jetzt kommt das wieder. Abgesehen davon hat es in dem Fall jetzt dort damit. Aber schon immer gleich überhaupt gerade gar nichts zu tun. Ihr meine immer, das wäre alles so einfach. Das zeichnet alles an der Beamwachse. Oder ich hätte es in der Garage lege. Wenn ich nicht schaffe gehen würde, die dann aber gucke. Ei. Die Mama tut doch mit dem, was sie macht. Ah, ihr, der dazu beisteuere. Davon können wir uns aber nichts zu essen und zu trinken kaufen. Wenn du nicht verheiratet wärst, dann könntest du aber zusätzlich noch koche, Wäsche, Büchele und so. Herr Stefan, das müsst ihr zur Not du machen. Wenn du mal Familie hast, wärst du schon sehen, wie weit das du kommst. Ich hätte jedenfalls mit meiner Frage noch Hawaii fahre. Würde man uns vielleicht treffen. Mit dem nächsten Zirkus fahre ich mit. Nimmst du deine Mutter mehr, die brauchen noch Kamele. Einer von euch zwei müsste man neu noch aus Bichelbrett hole gehen. Ja, ich geh ins Hole. Ich hole es. Wo gehst du dann hin? Wo wär ich hingehen? Ins Bichelbrett hole. Ei, er hat doch gesagt, dass er's hole geht. Jo, aber wie? Wie? Das ist doch jetzt egal, wie ich das sah. Wenn ich sah, ich geh ins Bichelbrett hole und dann hole ich's. Ich kann's auch hole gehen. Dann geh mal zu dritt. Ich hole jetzt das Bichelbrett. Wo ist es dann? Traufe im Schlafzimmer. Das kann ja dann noch, Herr Einer, von euch zwei Runder tragen. Was? Das ist mir zu schwer, vor die Treppe runter zu tragen. Ja, es war Spaß. Späßchen. Lustige Späßchen von eurem Sohn. Ich kenne das Bichelbrett. Ich kenne das Bichelbrett. Ich kenne das Bichelbrett. Was mache ich denn jetzt für ein Zirkus wegen dem Bichelbrett? Wir machen das Bichelbrett. Die ist verstanden. Yerling. Olek. Quatsch, Nähmama, komm los hin. Ich trau'n das Büchelpaterunner. Ich versprech' dir's. Hoch und heilig beim Leben meines Vaters. Bass' aber auf, Steffa, nur mach' keine Macke in die Wand. Weh' ich doch wie die auf, Basse. Preisfrage. Wer zertrümmerte aus Unachtsamkeit mit einer Holzlatte in unserer Garage eine an die Wand montierte, funktionstüchtige Neonröhre? War das A. Herbert von Karajan, B. Udo Latek oder C. Heinz Becker? C. Jo, es hätt' ich A gewisst. Werd' das heut' noch mo' was mit der Küche Lamp? I hope. I hope. Ich hoffe, dass an meinem Gebotster die Küche Lamp hängt. Ach, du lieber Gott, du hasch' in... Weihnachtst du Geburtstag? Das hast du noch nie gewisst. Genau heil in zwei Monaten. Au, das wird knapp. Dann häng' ich da als Geschenk für der Geburtstag die Lamp auf. Hm, dass der dich dir noch zutraue. Mama. Du siehst mit der Lamp aus wie ein Messdiener, dem sie der Weihrauch geklaut haben. Bei Aich muss ma immer bittele und bette, bis ma mo' was gemacht kräht. So, jetzt gucken mo', wie hoch ma die Lamp hänge. Ich verliere allmählich die Lust. Außerdem ist die Lamp schwer. Tja, vielleicht ein bisschen her. Ja, so. Aber nicht viel höher. Es wäre von Oberlamp, unerkannt, Lamp bis Ober, äh, vom Tisch bis an die Lamp, wo sie dann uneranfangt. Ich stehe so zwischen 70 und 80 Zentimeter, überm Meeresspiegel. Das ist ganz schön anstrengend. Später hängt sie auf uns selbst. So, fertig. Darf ich dann wieder von der Läder? Ja, ja. Mein lieber Mann, do kann ma jo froh sein, dass ma ke Elektriker is. Do werd ma jo richtig miet. Ah ja, deswege greife die jo ab und zu an den Strom, damit sie wieder wach wäre. Jo, bist du ein kräftiger junger Mann. Leiter. Oh, yes, yes. Yes, jetzt bin ich ja weif, Herr Schrock. Was ist denn jetzt los? Ich ha'n gedenkt, oder etwas sitze. E' Frosch. Oder e' Maus. Ich ha' nit gesehn, dass es da Spüllumpe is. Da kräft ma's ja ans Herz. Ah ja, mensch, die ich net. Wie soll'n doof Frosch hinkomme? S' hätt' ja könne ratzen. Oder e' Rudel Rehe. Machen eich nur lustig, ich bin halt verschrock. Auch Söhne ha'n nur begrenzt Nerven. Wie damals mit dem Wäscheseel. He, ich mich kenn damals kaputt lach. Was war'n do? Jo, das war a so Ding. Das war dummolz, wie ich ihm. Das sind aber schon 10, 15 Jahre her, da ha' ich die Poste betoniert, für das Wäscheseel zu spannen, wollte sie Wäsch aufhängen. Wie sie mit dem Lappe das Seel abgeriebt hat, hat's auf Emo so gequietscht. Ich ha'n doch gedenkt, was quietscht dann da so. Ha'n hochgeguckt, ha'n hin an mich geguckt und ha'n gedenkt, das Seel oder der Lappe kann doch nit so quietschen. Und als schön das Seel abgeriebt... Oh, Emo hat sich der Lappe beweht. Sie schmeißt in hohem Bohl, ah, so gegrisch, der Lappe fort. Hat am Maus drin gesetzt. Ha, was? Ha, ha, ha. Kannst dir vorstellen, wie ich gegrischern? Ha. Ach Gott, das arme Mäuschen. Armes Mäuschen? Mich bedauert keiner. Wenn die Maus das mit dir gemacht hätte, hätte man dich arbet da auch. Hm, ich glaub' noch nicht im Modan. Aber se kreische, dass die Nachbarschaft zusammenlauft. Ah ja, wenn man verschreckt, verschreckt mal. Jetzt, was wollte ich mit dem Spüllumpe? Dich verschreckt. Vielleicht ist es ja doch ein Frosch und es ist ein verwunschener Prinz. Hm, da sitzt mein verwunschener Prinz. Vielleicht ist es ja doch umgekehrt. Wenn ich wüsste, dass es klappt. So, ich geh mir noch die Hemde hole. So, dann trau' ich mir noch mal die Lampe in die Garage. Vollweise. So, dann geh' ich mir noch das Büchelbrett hole. Ach, da ist das Büchelbrett schon. Hey, du haste schon wieder Gescher-Handtuch vor der dreckigen Hemd. Mach's grad raus in die Wäschmaschine. Stefan, da ist das Büchelbrett schon. Hat's dir Papa doch noch nachgetragen? Norwegen, das hann ich. Höchstpersönlich, im Schweiß, in meiner Schwimmhäute runtergetragen. Siehst du, dann war's doch nicht so schwer. Ich hann dem Büchelbrett die Streck erklärt. Hann ihr bei eurem Zeich noch etwas, was gebüchelt werden muss? Nee. Stefan, vielleicht eine von deiner Schiens? Nö. Abgesehen davon wäre es nicht gebüchelt. Du musst doch die Hose ein bisschen bücheln. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Heinz Becker. Ladies and Gentlemen, I'm going to my room now. Doch hat er gar nichts davon gesagt. Von was? Ah, dass er heut Abend noch fortgeht. Oh, was wär's dann ich? Ich... Mir wollte doch noch Pizza essen. Tja, siehst du. Der esst bestimmt noch die Pizza und geht dann. Haben die gesagt, wann die Reise ist? Was für Reise? Heino Hawaii. Äh... Heino da, Hawaii. Mir nicht. Weil dann müsste ich ja doch noch einige Sachen richten und bücheln und so. Malzeich ist schnell gericht. Ich fahr nämlich nicht mit. Abgesehen davon breicht du dringend noch ein paar neue Badehose. Ich glaub, die dunkelblaue haste schon 10 oder 15 Jahre. Die sind hin und rüber ganz dünn. Jo, das sieht doch keiner. Ach, ei, jo sieht man des Heinz. Ich bin doch im Wasser. Du Heinz, du erzähle mal aber kennem was von der Hawaii-Reise. Ei, das erfahrt a Kenner. So, ich geh nochmal in die Garage. Wieso erfahrt das Kenner? Furchtbar. Immer dasselbe mit dem. Am besten ich sag gar nichts mehr, hab nicht mehr Ruhe. Haben sie's jetzt wieder gesehen? Doch schwätzt man doch gegen eine Kuhhaut. Doch kann man sich das Blaue vom Himmel fußlich retten. Doch ist der so stur. Aber so war das schon von jeher immer nur sei. Was er sich ne Kopf setzt, das muss gemacht wäre. Obends am Fernseh wird geguckt, was er gucke will. Es wird gekocht, was er will. Soll mache, was er will. Was wär denn jetzt da dabei, wenn der mit mir denn nach Hawaii fahre? Es sind doch nur acht da oder wie lang. Aber nee, da müsst er mir ja Gefalle tun. Aber auf dem Ohr ist er ja blind. Hall ich die Lamp so hoch, will er sie so hoch? Hall ich sie so hoch, will er sie so hoch? Da könnte man manchmal grad verzweifeln. Ich hab schon oft an die Worte von meiner Mutter gedenkt. Die hat, wie ich damals geheiratet hab, hat sie gesagt, Kind, wenn du mal verheiratet bist, da bist du nur noch vor deinem Mann da. Da bleibt für dich kein Zeit mehr. Aber, sagt sie, dafür sind mir Frauen halt da. Oft, wo ich nix sah, nur damit's keinen Balava gibt, allein schon wie in einem Stefan. Tja, da muss man sich damit abfinden. Ich hätt auch schon manchmal gerne das eine oder andere gemacht. Aber was macht man nicht alles um dem lieben Friedewille? Es sind halt Männer. Mir waren jetzt, seit wir verheiratet sind, zwei, nee, drei Mal im Urlaub. Und jedes Mal in Oberbayern, nur weil er hinwollt, hab ich ja auch nix gesagt. Jetzt könnt ihr doch wenigstens immer mit mir... Aber naja, sie werden's selber wissen. Manchmal könnte ich grad verzweifeln. Wie oft, wo ich wach im Bett leie, und wenn ich dann endlich inschlafen könnte, kann ich nicht schlafen. Ich sah zum Stefan immer wieder, such du denn mal einen besserer Mann. Jetzt weiß ich auch, warum mein Vater früher immer gesagt hat, wenn man heirat, ist das Leben vorbei. Ich kann mich noch gut dran erinnern, wie ich so ein junges Ding war. Da war ich noch lange nicht verheiratet. Hab ich halt so bunte Kleidchen angehabt, die hohe halt so ein bisschen hochgesteckt. Tja, wie ich dann verheiratet war, da achst du ja auch nix so auf die Figur. Und dann ziehst du ja mehr gedeckte Sachen an, so ein Grau und Braun. Und heute kann ich ja das mit den bunten Kleidern nehm ich mache. Vielleicht mu weiß ich plus. Ja, was sonst? Tja, so geht's. Das war früher alles anders. Neilig, hann ich geträmt. Da hätt ich ganz allein auf einen ganz hohen Berg gestanden. Und ich hätt wie früher so blaues Kleidchen angehabt. Und es war ganz ruhig. Und ich hätt so viel Geld gehatt, dass ich mir gesagt hätt, heit, brauch schon nix so koche. Netze Wäsche, netze Bichle, netze Butze, grad gar nix so mache. Hann ich mir vorgestellt, ich däte Reise mache. Wo ich schon immer hin wollt. Wo Palme sind. Und Bäm. Und Sonn. Und da hat mich der junger Mann angesprochen. Und in dem Moment hat mich der Heinz wach gemacht. Ihr könnt net schlaufe. Aber jetzt mo abgesehn dort davon. Soll ich Ihnen mo was sagen? Wissen Sie, was ich mo so richtig gäre mache, Dad? Was? Wissen Sie? Was ist dir der dritte guitar ソerl? Wahnsinn. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ist eigentlich das Ultimatum mit eurer Hawaii-Reise schon abgelaufen? Ob's jetzt klar ist, ob na fahre? Ach so. Ach, woher dann? Da flieht eher Eule nur Athen wie dein Vater nur Hawaii. Du musst dranbleibe. Sag doch einfach, du meier könnte da hinfahren. Du, das ist eine Idee. Wie hoch wollte ich mir die Tisch hängen? Äh, die Lamme über die Tisch hängen. Eier, da offen hin. Jo, aber wann? Also wo? Wo sie aufhört? Du hast doch gemäßt. Ich meine, du hättest irgendwas von 80 Zentimetern gesagt. Jo, das kommt hin. Hast du dein Kartoffelsalat eigentlich schon gemacht? Wie? Du wolltest doch Kartoffelsalat und Frikadelle machen. Nee, Pizza. Thunfisch. Thunfisch. Hawaii. Hawaii. Willst du die essen? Nee, doch. Du sollst noch immer da. Welche Hawaii? Heinz, hast du noch Hemde mit kurzen Armen? Oh, was wär's dann ich? So könntest du dir mal noch mal ein paar holen. Eins oder zwei. Hm. Gell, mit so einem bunten Muster. Obwohl, die könnte man dann auch da ohne kaufen. Wo? Ah ja. Wenn ihr noch Hawaii fahre. Da ohne. Da könntest du dir ein Hawaii-Hemd holen. Kannst du mir ja ins Bett bringen. Das hier ist aber noch lang netter, als ich es anziehe. Oh. Meier Kurt. Ah ja, der Vater. Ah. Ah. Wer? Wohin? Ei, äh, äh, de Meierkurt. Wollt noch Hawaii. Diesjahr. Was? Doch hat er noch gar nichts davon gesagt. Doch, sei Frau hat ein Ador so verzählt, so. Wie schön's doch wär von den, äh, wenn ich eine Frau, eine bunte Frau, also die so wenig Ahnen haben und bunte Blume und, ah ja, dass es dort Bier gibt. Und er hat gesagt, ah ja, wenn das so wär, dass das so wär, dann der der Vater, de Meierkurt. Hat er gesagt. Noch Hawaii. Wenn das doch rauskommt, muss ich zurücktrete. Doch hat der noch kein Sterbenswärtchen davon gesagt. Also gut, mir fahre. Ach, du großer Heinz. Äh, großer Gott. Heinz. Wirklich. Jo. Wo gehst du dann hin? Du, beim Radio anrufen sie an, dass ich mal fahre. Ja, Becker. Ich rufe an, du, wie ich der, äh, äh, reise, du, no, äh. Hawaii. Jo. Ja. Ah ja, Sie können in Hawaii anrufen, sagen, dass ich mal komme. Ja, ja, zwei Personen. Jo. Die Name. Heinz Becker. Und, äh, Kurt Meier. Ja. Norm bas. Ja. 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 Jetzt先 zum Walen. Ja. 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 Applaus Applaus